Soll ich die Rewards schon mal abonnieren? Ja, und schon mal abonnieren. Wir haben gute Elite geholt. Inchallah kannst du kaufen, Inchallah. Ey, was haben wir für Rewards? Hol Antrid, eignen es bis sie kommt. Ja komm, lass uns erstmal Rewards aufmachen. Boah, Elite ist ein heißes Mal, Digga. Schmeckt alle. Warte, warte, warte. Lass uns erstmal zur Kamera. Mit PS5 Controller. So, wir sind da, Junge. Mit PS5 Controller auf Xbox. Ich will keinen T, sag dir ganz ehrlich. Ich hoffe nicht. Nimm Rui mit Valdena, hier haben wir schon. Aber die Picks sind auch eine Katastrophe, Digga. Hab ich auch heute Morgen schon gesehen. Hol Batschu mit. Komm. Let's choose R3 Pick. So, 1. Pick, ich hab auch nicht gesehen. Oh. Wir haben 5 jetzt, ne? Ich weiß nicht. Ja, glaub schon. Warum? 3. 3. Wir hatten keinen über 82. Was ist das denn? Es geht doch noch weiter. Ja, ich weiß. 3, 2, 1. Digga, wenn der Letzte jetzt nicht alles auseinander nimmt. Der Letzte ist dieser Japaner. Hör doch auf. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Was ist das denn? Mario Rui haben wir schon, glaub ich. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, dass wir uns über den Mario Rui jetzt freuen können. Müssen. Oh, können wir eigentlich diese 83 Dings Pick machen? Lass mal grad abschicken. Oh, ey. Oh, aber da müssen wir alles abgeben. Ederson wird schon wetten. Digga, Llorente wird wetten. Warte, warte. Ey, das reicht nicht mal. Ne, reicht echt nicht. Eine. Doch, doch. Recht genau. Digga, aber willst du einen Llorente abgeben? Ein Ederson wird schon so ganz leicht im Herz, Digga. Ey. Oh, Digga. Das Ding ist, wir werden auseinandergenommen. Aber ganz ehrlich, Ederson können wir uns auch kaufen. Llorente. Llorente tut weh, Alter. Der jetzt mir am meisten weh tut, ist Llorente. Dann Ederson, aber nur weil der Stamm spielt, nicht weil er krass ist. Und Mario Rui. Ederson ist krass, Digga. Komm weg, Ederson ist dieser krass, Digga. Komm, scheiß drauf, lass holen. Wir wollen Messi kantieren, komm. Ey, soll ich abgehen? Ja, komm mal. Vertrauen mir, Manni, komm. Am Ende Parejo, David Silva oder Manni. Ach, müssen wir den auch? Ah, dann müssen wir jetzt auch machen. Du hast die Ese. Ich? Ja. Oder gleichzeitig, ich will beide. Komm. 3, 2, 1, go. Oh, den haben wir schon. Welcher Schmuck, welcher Schmuck hat gesagt Sommer? Ey Werner, ey Werner, ey Werner, ey Werner nicht anstralt, Digga. Werner ist gut, Alter. Der ist echt nicht schlecht. Aber Werner ist anstralt, den haben wir schon. Deswegen, wir müssen Kimmich holen. Kimmich ist aber auch nicht schlecht. Kimmich ist nicht schlecht, Digga. Also über einen Kimmich kann man sich echt nicht beschweren, wie ich finde. Ganz ehrlich, jetzt ist mein Lefty hole. Ja, ist schon okay. Das ist schon okay. Ich will vielleicht diese 83, diese Inform-Pack können, weil Trader wird nie da. Uuuuh. Trader bekannte? Kimmich drei. Ah, save Kimmich. Ja, lass erst. Ja, Megasets. Wie viele haben wir? Drei oder was? Vier, äh, vier. Zwei Megasets. Was war seltener Megasets? Ein Hundo, auch noch Kaffee und die. Walkout. Walkout. Psch, 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 psch. Ronaldo. Egal, Grüne liegt mit Kimmich. Okay, Megasets. Uno, Megasets. War aber schon nicht schlecht, so Walkout. Wir brauchen ein Rating für Eiken-SBC. Aufs Megaset-Walkout? Schlecht nicht. Wand. Europa League Renato Sanchez. Bale. Bale! Nein. Wir haben nicht schon Antritt. Die machen wir schon. Haha, fuck. Digga, wir haben Bale schon. Wir können Bale jetzt nicht wegschmeißen. Ja, öffnen wir jetzt mal die Info am Täter. Wir brauchen den. Dazu Walkout oder Nicht-Walkout? Erstmal fangen wir jetzt noch damit an. Ich glaube nicht, aber egal. Wir machen einfach. Ich sag Walkout. Ich bin zuversichtlich. Moin, ja, Niklas. Ich bin der Rechtsverteidiger aus den 860 München. Stark. Sonst wird der deutsche Rechtsverteidiger. Oder der Japaner. Mbappé! Rechts? Giroud. Ich hole die drei. Frankreich-Chelsea ist so ein gut... Wir sind auf einem guten Weg. Innen von Frankreich-Chelsea. Auch gut. Rashford. Wijnaldum. Ja. Boah. Schade, Alter. Für Ronny. Oh, shit. Oh, shit. Kommen wir mal zusammen auf. Beiden Sets, wir öffnen zusammen. Drei, zwei, eins. Go! Bisschen verzögert, aber ist okay. Wir schaffen das trotzdem. Nehmen wir weiter. Oh. Champions League, was ist das? Ey, Texelda, bitte! Nein! Wer bist du? Oh mein Gott, ich habe auch direkt an Texelda gedacht. Wer bist du? Egal, 15 K. So, da drunter. Wobei, Texelda könnte auch gönnen. Ist Texelda auch hier drin? Ja. Glaub schon. Komm. Drei. Zwei. Eins. Go! Come on EA, please. Let's pack. Nein! Texelda, bitte! Nein! Oder? Wer ist das? Wer bist du? Patshuayi, Patshuayi. Nein! Uuuuuh! 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 Nagazava du bosta! Uuuuuh!